so da bin ich wieder mit einer neuen folge endlich mal wieder von karneval wilder westen 3d heute ist endlich mal wieder weiter ich hab echt sehr viel lust drauf und jetzt geht endlich mal weiter let's go genau ja will auch endlich mal wieder zeit würde ich sagen so geht los ihr lieben ich freue mich drauf hier ja genau damit geht es los ihr lieben ich weiß ich gar nicht ob ich aber ich glaube schon das ist nein ich weiß nicht warum ich glaube ich glaube ich traue mich ich glaube ich traue mich doch ich glaube schon also wir sagen haben auch die spieler ich würde sagen das glaube ich auch jetzt echt bock drauf würde ich sagen los geht's auch wenn ein bisschen oder fahren oder oder fahren bin aber ich werde trotzdem mir einfach anstrengung kehren jetzt kann ich auch nicht gut bewegen das gute ist heute also am heutigen tag habe ich aufgebaut für ihn gerade ist wo ich halt auch das ganze auch halte hier alles wo ich auch alles gerade auch hier als halte das gute ist da kann ich auch alles halten gerade um gott das gute ist der kann ich auch so gut bewegen sind gerade ist das ist halt einfach gut aufnehmen bei es kann man sagen genau ok ja nicht einfach vielleicht mal so vielleicht mal so machen guck mal was du gehst nach egal hat nicht ist egal ist okay das war knapp aber auch ist ja auch ok bin ich fand es auf jeden fall in ordnung kann man auf jeden fall aufwärts aber ich habe sagt aber es okay ist okay dann wir sagen dass kaufel machen von vorne weil ich ein bisschen noch üben möchte natürlich ist ja auch wichtig dass ich üben möchte und ist ja auch wichtig dass ich auch hier gerade gut kann deswegen ja weil geht ihr lieben sein genau sehr gut okay dann unter 1 oder 2 jetzt geht es weiter ach shit ja noch ein bisschen lernen auf jeden fall aber sonst geht auf jeden fall ok shit ja ist auch gut dann heißt steht aber ist okay kann man jetzt machen egal ist okay ich kann es nicht naja ich war durchs nicht versuchte normal es reicht mir jetzt einfach es reicht mir einfach jetzt für danke einfach macht ich habe ich genug gemacht glaube ich erstmal genug für mich für den körper ist glaube ich dass das glaube ich auch dass es für mich ist einfach mal reicht dieses spiel ich würde sagen ist mal andere mini spielspiel das würde mein kopf hier ein bisschen aufhübschen kann man auf jeden fall sagen ich würde sagen auch ihr lieben ist genau genau muss wirklich sagen ok es ist genau genau so muss es sein schnell abschließt den karten genau abschließt wenn es okay ist genau so muss es sein ok ich muss ein bisschen mehr nachdenken auf jeden fall ich weiß ja bescheid ich muss ein bisschen mehr lernen ok kann man auf jeden fall sagen genau genau fünf sachen noch genau so muss es sein alles klar war okay auf jeden fall war in ordnung doch würde ich auch sagen ich muss ein bisschen mehr auch andere sachen noch können eben was gut wartet mal eben was gute lieben oder wartet ihr mal eben was gut für so kies für euch alles klar wir schauen mal ob wir uns noch ein bisschen verbessern bekomme ich ich gehe mal schon ich denke mal schon doch alles klar ich denke mal schon dass es verbessern können aber gut richtig so muss es sein genau ok was gut alles hierfür sagen wenn ich fragen darf meine lieben freunde neulich ist genau ja ich würde sagen auch ein gutes gutes spiel auf jeden fall einfach 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 drauf schließen ja das ist auch ein bisschen mehr auf jeden fall und sagt drauf drauf schießen okay ja nicht schlecht sehr nass gemacht aber ich bin trotzdem auf jeden fall muss sein zack ja okay fast gut gemacht fast auf jeden fall ja okay ich kann noch besser machen aber jetzt muss sein dann erstmal auf jeden fall würde ich auch sagen genau start los go schön 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 hier einfach entspannt einfach machen genau schön einfach weiter machen so muss es sein dankeschön ach ich habe mich verfehlt aber ist egal weiter geht's wir müssen uns ja schlecht machen wir müssen uns einfach nur um selber und das schützt sagen wir müssen einfach nur selber hunden trainern aber auch nicht einfach uns selber damit schlecht machen also wir müssen einfach damit damit zufrieden sein das ist ja auch gerade ja ganz okay denn spiel und ich bin auch zufrieden und ich bin auch zufrieden ich muss nur so bleiben dass man auch wirklich hier lieben shit vergleichbar so schlecht auf jeden fall ja würde ich auch sagen so ich will es nicht mehr hören okay wenn es okay ist kein shit mehr machen wenn es okay ist zack ja okay dann alles alles klar gut die wird ein bisschen schwerer aber wird trotzdem cool macht trotzdem cool ist genau ja okay ist okay auf jeden fall traf ihn was okay ist ja auch hier sehr nice denn als auf jeden fall sehr nice nein ich bin dumm gewesen scheiße ich habe ich einfach gar nicht aber es klar na egal ist egal ist okay man kann nichts machen kann nichts machen auf jeden fall aber vielleicht mal nächstes mal wenn ich wieder ein bisschen mehr werde wir schauen mal verlassen auf jeden fall ich würde es heute auf jeden fall gewissen sein es kommt kann man sagen ja ich würde sagen machen noch mal eben ganz kurz andere spiel ich auf jeden fall auch wenn es okay ist vielen vielen dank so jetzt von vorne mal eben ganz kurz genau字幕 macht ganz kurz hier oben und dann würde das gerne aber noch mal ganz gutes spiel spielen wenn es okay ist genau das cool spiel spielen und wird sagen wir machen einmal das spiel ist okay das ist eine ganz gute idee glaube ich doch das ist eine schläge idee und deswegen guck mal wie lange wir noch so gut werden schau mal genau das ist ein cool spiel auf jeden fall auch abhängen aber es okay aber ja ich kann nichts machen aber es okay ist doch trotzdem okay wenn sie spüren doch dieser party ist wie wir sagen bis zum nächsten mal dafür dafür muss es sein ja ich muss mal auch die ein paar beenden aber okay so dann würde ich aber sagen jetzt endlich mal vielen dank ja weil ich schon ganz cool auf jeden fall ich bin ein bisschen erschöpft aber war trotzdem ganz geile party ja wir sagen einfach alles schüss hier vor euch und auch von euch deswegen